FENT1 Onboard Technology Klimaanlage Heizung Das Menü Klimaanlage Heizung rufen wir über unser Launchpad auf. Hier können wir Einstellungen vornehmen, wir können die Gebläsedrehzahl manuell verändern, können den Automatikmodus aktivieren, können aber auch hier wieder manuell die Luftaustrittsdüsen vorwählen, den Defrostmodus, die Überdruckfunktion der Kabine oder hier die Klimaanlage ein- und ausschalten und hier die gewünschte Temperatur einstellen. Zusätzlich können wir auch hier die Spiegelheizung ein- bzw. ausschalten.